so es geht wieder weiter mit redstone mania ich habe wieder meine folge abbrechen lassen weil ich wieder ein bisschen verquatscht war wo waren wir stehen geblieben hierbei das ist keine gute idee und ja aber wir sind schon bald beim klon sogar nein das wird nicht funktionieren weil das fest zum direkt an den knopf angeschlossen werden muss ich höre sie nicht denn ich möchte hier ruhe hartmeyer aufnehmen das würde auch theoretisch nicht funktionieren so da haben wir schon mal unser grundprinzip was wir wollen da haben wir es aber das sollte ich auch so oder so gleich verwerfen weil wir durch und so ja das ist das problem deshalb machen wir auch gleich alles mit barrieren nochmals sicherer hier kommt noch mal ich würde hier noch mal kein redstone block setzen ich würde hier okay dann gucken wir uns das mal an das problem das ist nicht da also das ist da wir müssten den redstone block hier verlegen aber okay gut dann kann ich erst mal hier das abhaken ich sag mal ehrlich ich würde hier noch einen condensator rein pfeifen der condensator kann auch durchaus ein bisschen länger sein also eigentlich sollte ein kurzer reichen der hier jetzt gebaut wurde uhr mein mikro schlägt mich sorry aber mein mikro hat mich fast geschlagen sind okay ähm ja das ist eigentlich so weiter wir gucken uns nochmal die technik an ob das ganze läuft was keine miete zeit muss raus was keine miete zeit muss raus warum ist jetzt das alles weg also das ist hier wegen dem knopf sehe ich da bräuchte nur einfach ein normales eine normale geschichte also normales teil und normale schiene und dann können wir das auch eigentlich abreißen wir also den knopf wirklich auch auf das ganze verlegen und dann hier wiederum ein konnte das andere power und zwar mit einem condensator der condensator wird dann wiederum durch hier vorne also wenn wir jetzt noch mal später eine detektoration reset der ganzen maschinerie hier angebracht ist das was wollte und ich sete sekunde ich bin müde nach meinem tag und ich möchte heute gerne über eine folge die ganze restormania 5 season mal danach so vollziehen ja unsere folge ist wiederum für einen guten langen wie jetzt alle folgen von restormania und ja ich freue mich dir einfach kannst mein kraft ist eine herausforderung sozusagen mein kraft ist eine herausforderung auf dem punkto kreativität und realität weil du kannst zum beispiel in minecraft eine maustation nicht bauen das ist mal raffiniert das ist mal raffiniert wir bräuchten da das eh Aididrich der Krieg hier this is hier remember was so das ist